ich wünsche allen einen schönen guten morgen und herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate bevor es losgeht den risiken und weiß natürlich wie mehr vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sie sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir legen direkt los wir gehen rüber in die xstation und wir fangen heute mit dem goldmarkt an der goldpreis bricht nach oben aus der seitwärts range aus das ist jetzt der fünfte versuch in folge über die 2010 dollar marke auszubrechen ist das diesmal nachhaltig es gab drei fehlausbrüche und eben auch eine vorzeitige umkehr der heutige zinsentscheid wird eben darüber entscheiden ob der markt das neue jahres hoch testen könnte oder ob nochmals ein rücklauf in die seitwärts range folgen könnte gewinnmitnahmen im nasdaq in dieser woche das zeigt uns der wochenchart wichtig ist dass nur noch eine widerstandsmarke den markt vor einem möglichen test des augusthochs abhält 13.740 punkte andererseits gibt es viele unterstützungsbereiche kurz und mittelfristig die einen stärkeren rückgang verhindern könnten der dax future hat in dieser woche nach unten gedreht und testet jetzt die horizontale trendlinie und zwar bei 15.816 punkten die wurde gestern getestet und sie sehen schon in den vergangenen sechs wochen gab es bereits fünf berührungspunkte hochpunkt fehlausbruch verteidigung und jetzt nochmal zwei verteidigungen potenziell auch in dieser woche und hier könnte sich dann eben alles entscheiden konkrete handelsideen gibt es übrigens zu den ganzen märkten dann auch in meinem video von heute morgen den link gibt es unten in der beschreibung wir gehen aber auch nochmal rüber zu dem euro dollar der kehrt nach einem kurzzeitigen rückschlag wieder über die 1 10 er marke zurück und testet jetzt zum dritten mal in vier wochen die 1 10 33 er marke ja ein ausbruch könnte bedeuten dass wir die 1 10 95 testen und dann auch einen anstieg richtung 1 11 85 sehen ansonsten könnte der markt unterhalb von 1 0 9 73 auch wieder in richtung 1 0 8 laufen das wäre dann aber nur eine korrektur bewegung also make or break situation bei 1 10 33 und die ölsorte wti testet das wichtige zwischenhoch bei 71 66 käufer könnten hier eine reaktion oder auf eine reaktion hoffen ansonsten könnte auch nochmal das jahrestief hier unten bei 64 dollar getestet werden aufwärtsimpuls richtungswechsel und momentan sind wir einfach in einer starken korrektur phase der bitcoin fällt in dieser woche findet aber unterstützung an der oberen grenze einer wichtigen zone hier gibt es drei unterstützungsmarken und bei 27.677 dollar hat der markt erstmal unterstützung gefunden so das war's von mir für heute lasst gerne auch einen daumen da wenn euch das ganze gefallen hat wieder viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal